Das ist der erste Spiel. Das ist der erste Spiel. Das ist der erste Spiel. Schauen wir mal, was genau da los ist. Rockets Titans, Startnummer 1 hier. Vorgesetzt. In der zweite Woche wird John Luskin. Und wie vermutet, wird der Pull abgebrochen. DAF 1260 Alki Edition. Hier gibt es eine Spontanzen. Applaus für den tollen Dach. Alki Dörter. Luskin Final Destination. Bravo sind die Hände der Fichtorfer Leder. Final Destination. Es ist ein Volkswagen gefunden. Volkswagen Zulassung für Rumänien. Könnt ihr hier mal einen Sprecher Pullen abholen. Das ganze bewahren. Anstellt. Für die Flanke. Für den Gast aus Großbritannien. anstellt. Einen nicht im 0. das ganze Zeit. Anstellt. Brotl. Brotl. wenn der problèmes auch geht. Ach ertögg. Vollgas nach vorne! Vollgas neu! Oh, Probleme! Wie es klingt mit der Zündung und auch mit den Beta-Fans Das ist der vorliegen! Startfreigabe, Teil 0 jetzt! Die neue WI-E-C-A, die neue WI-E-C-A! Die neue WI-E-C-A! Die neue WI-E-A-S-A! Ich bin hier in Schuss-Kreis, der WI-E-E-N-H-I-E-N-D-H-I-N-I-N-S-A! Die WI-E-E-N-H-I-E-N-M-T-O-N! Die WI-E-E-N-H-I-N-H-I-N-I-N-N! Die WI-E-E-N-H-I-N-H-I-N-I-N-H-I-N-N! Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Für den Roten Löwen, 80 Zylinder, doppelster Motor, stehen bereit auf der Bahn. Unsere grüne Flagge gibt es. Auf gehts! Roten Löwen, auf! Das gibt es doch gar nicht! Das gibt es doch gar nicht! Ein Raunen geht durch die Richthoferräder. Da spürt den Serge Jakobi unterwegs der Motorrad, startet ihn quasi durch einen Kumpel noch einmal und fährt trotzdem noch fast auf 90 Meter. Und das war hier für Serge Jakobi Rudele. Rudele lässt sich feiern, der Silberputz kommt mit seinen zwei Chamis. Auf die Bahn, aufgefahren. Das ist der Kamala. Und wir schauen, dass wir die Kumpel anstellen. Das ist der Enkelsohn von Coderick, vom T-Shell. Er guckt mit dem kleinen Grigsberg. Das ist das Zeug, was sich verbrennt. Und da war nicht einig, ist da Grigsberg. Und da war nicht einig, ist da Grigsberg. Und da war nicht einig, ist da Grigsberg. Das ist der Kumpel. Ja, sehr schön! Der ist vom Bremspedal abgerutscht, er kommt nicht mehr auf Kurs, ihr seid immer so gut drauf, die Jungs stand gut für den Club und ich glaube den Stefan, den geb ich da auch mal einen von. Und er ist so down, hier geb ich da auch noch mal einen von mir. Wir schauen noch mal kurz auf die Warte, wir haben den Energy Drink an Stefan überreicht. Denn hier macht sich schon wieder ein hervorragender Duftverein in der Stickdorf Arena. Der Ritzböhr wird gefeiert, mit gebrochener Vorderachse und ab 10. Skoplader hängen, geht's zurück ins Fahrerlager. So, jetzt gibt's ein bisschen Energy Drink. So, oben raus, mittlerweile ohne Ende. So kommt Feuerwehrmann gemeinsam, er soll ansprügeln, Kleidiger und alles. Er hat gerade kurz gezuckt. Aber dort hätten die Turbinen gestartet. Und da kommt noch einmal ein Augen- und Ohrenschmaus auf die Daten der Isotop TV3 betriebene Traktor Russian Roulette. ... und springen, kleine, los geht's für Russian Roulette! Das ist der Runde! Kopf ab, ich bin ein König! Mega Applaus! 116 Meter! Wahnsinnsvollvollvollvoll! ...Russian Rolex Full-Bull! Der Platz wieder mit dem Smoky Devil! Und dann geht es natürlich insbesondere vor den Fans von Smoky Devil! Sofort 10 Applaus! Junge, 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 Junge! Grüne Flanke! Warte Junge! 7... 6... 5... 4... 3... 2... 3... 1... Der absolute Wahnsinn! ...Rück die Gäste! Das ist alles! Das ist alles! Das ist alles! Wir haben jetzt von vorne geht's auf die Stadtreihe. Ich denke, da kann man vom Fortschritt sprechen, weil wir wollen. Die Leute haben den Bremswagen vor eingestellt, auch hier im Vorlauf schon, dass der Stand mit vom Bremswagen leicht ist, damit die Jungs auf die Geschwindigkeit kommen. Wir sind gespannt. Rocket Science! Auf geht's! Der Bericht über die europäische Pulling-Saison aus 2014. Jede Mega-Action gefilmt aus verschiedenen Perspektiven. Mit Onboard-Kamera holt euch diese DVD in der Rocket Science auf On The Limit. Er fährt am Limit, macht Sander, meine Ehre, und würden den Jungs von hier für die Damen losstehen! Die neue Hauptwagen-Einstimmung führt die alle, die wir jetzt da waren, dass die Hattestritte haben. Sie können die Eintritts-Linne vorgehen, dann aber sie wollen es nicht besser. Was ist das? A. Obwohl es da! Neue Vest 2.1 Frischloch für Markus Wappel und Vorfahren. 2. Bestreiche in der Füßdorf-Arener! In Füßdorf gewinnen! 3. Schlange! 3. Schlange! 2. Schlange! 3. Schlange! Da hat sich zerrissen! Werken seid aus den Niederlanden! Junge, 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 FULL! Bis zum nächsten Mal.